Warte, jetzt bin ich live gegangen. Hallo? Hallo? Vielleicht. Hallo? Kai? Ja. Gut, wenn ich Hallo sage, muss ich doch was sagen. Nee, das USB habe ich hier. Das ist langsam irgendwie schon Schrott, Alter. Was? Streamer-Mode? Hier gibt es einen Streamer-Modus? Wofür? Viele Spiele haben einen Streamer-Modus. Da sind meistens zum Beispiel Not Safe for Work Sachen raus schon oder zum Beispiel urheberrechtlich geschützte Musik ist schon rausgestrichen. Hm. Kann mir doch aber eigentlich egal sein. Ich verdiene ja kein Geld. Ich habe heute noch geträumt, dass ich auf deinem Kanal gestreamt habe, in der Instant-Dreamer weggestrikt wurde. Ja, wegen dir wieder. Ach, seht ihr? Jesse baut mir Scheiße. Übrigens, darf ich dir mal die dumme Community... Ah, das funktioniert nicht. Darf ich dir mal die dumme Community von Starfield vorstellen? Man kann ja auf jedem Planeten des Sonnsystems auch teilweise landen, ne Kai? Hm. Ach, scheiße. Ach, verdammt, jetzt habe ich das falsche Fenster... Jetzt habe ich mich einmal gedreht. Nein! Und du weißt, dass die Venus ein Gasplanet ist, richtig? Ob man folglich auf Gas nicht landen kann. Die Leute aus der Community haben sich ernsthaft beschwert und so ein bisschen gegen die Entwickler geflamed, weil man auf der Venus nicht landen kann. Das ist ein Gasplanet! Da kann man nicht drauf gehen! Was habe ich dir gesagt mit... Die Gesellschaft ist dumm? Ja, die meisten Menschen auf der Welt sind leider dumm! Also, das sei ja schon immer so. Ich brauche mir das keine Gedanken mehr drum zu machen. Hm, so. Also. Was? Fullscreen Windows? Ja, das ist ja... Hä? Ach so, muss ich irgendwo akzeptieren? Ach, ich muss... Ach so, ich muss zurück... Warte mal, hä? Aber ne, der hat davon trotzdem nicht geschalten. Genau. Und da muss ich wahrscheinlich die Dingens... Ich will heute mal, äh... Ach, scheiße. Ich glaube, das kriege ich nicht so hin, wie ich will. Boah, der ist viel zu groß. What the fuck? Ach so, scheiße. Ach so, scheiße. Why? Why? Ah, okay. Jetzt escape ging's. Was ist das für ein... Ich kann's aber nicht größer machen. Es hat gar keine Controller-Unterstützung, aber halt überhaupt keine. Schade, ich wollte eigentlich in Fenstermodus gehen. Gibt's doch. Dann geht's nicht. Ja, aber in falschen Formaten. Ja, ist beschissen. Den kann man auch nicht umschneiden oder größer ziehen oder so. So. Du kannst Fullscreen-Windowd gehen. Ja, das ist nicht dasselbe. Was ich machen wollte. Ja, Google Clouds auch unten in die Tatsache. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Also, dieses ist ein... Coop. Ich weiß nicht, für wie vielen Spielern. Together. Das ist ein Coop. Kostenloses Game auf Steam. Soweit ich weiß, erst mal Dungeon. und... Ja, mehr weiß ich nicht. Aber kostenlos auf Steam. Meistens lasse ich mich aber auch überraschen und teste es einfach an. Ich bin ja auch so doof und kann da aber auch eigentlich immer in den Steam-Shop nochmal reingucken. Nee, nicht in Trader. Hier steht nur Online-Koop und ist Roguelike. 3D sieht man ja. Abenteuer-Action. Ja gut, viel tut uns das nie so richtig. Ist auf jeden Fall ein Dungeon-Koop. Man sieht Pixel Game. Kostenlos auf Steam. So. Host, Hostin. Select oder was? Character-Editor? Es gibt einen Character-Editor. Übrigens, ich habe früher mal Handy-Android-Spiele gespielt. Die waren echt sehr cool und lustig in Pixel-Art. Früher war ich so ein Pixel-Art-Fan. auf Android-Basis. Als Teenager, wo ich noch so 15, 16, 17er Jahre alt war. Sagen wir mal so, Kai waren ähm, ja, behindert. Hm. Nee, das war, also, nee, also Pixel-Spiele waren echt schön gewesen früher auf dem Handy. Wirklich? Ich habe ja so gut gemacht. Ich schicke dir mal über Discord privat schicke ich dir mal ein Code. Sag den mir doch einfach an. Ja, weil die Buchstaben komisch aussehen. Oder jetzt kann ich dir dann sagen. 7, J, äh, Warte, 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 warte. 7, J, Y, Ja? Nee, nee. 7, Y, 6, ich habe mir versprochen. 7, Y, 6, ja? Aber wir können nicht auf normal machen, nur auf easy erstmal. Sag jetzt. N-A-O, äh, N-A-Null. N-A-Null. Ja. Auf was für den Server hast du gestellt? Auf Europa. Jurupe. Jurupe. Da habe ich einen beschisseneren Ping als auf Russland. Nee, warte, 35er Ping ist gut. Rupi, Rupi. Welchen Ping habe ich denn auf dem India-Server? A200. Und Turkey? 70. Was hat... South Korea. 300er Ping. AKF Asien. Noch mehr Ping. Choose the best. Moment, ich muss mal ganz kurz noch mein Handy auf, äh, dem... TikTok-Livestream einstellen. Äh, gibt's einen Charakter-Editor, so? Nein. So, äh... Muss ich jetzt die Zahlen durchswipen? Nee. Wurde der mir einfach gegeben? Achso. Ja, aber... Kann ich keinen Charakter-Editor? Hm. Sehen Sie? Mein Name. Wahrscheinlich im Hauptmenü. Habe ich ja gerade nicht gesehen. Oder wollen wir nochmal im Hauptmenü gucken? Charakter-Editor uns angucken? Ja, ne? Komm. Ach, bleiben wir drinnen? Ich glaube, wir bleiben im Raum drinnen. Nee, ich bin rausgegangen. Ich bin left. Ach, nee. Du hättest einfach nur auf Back gehen können. Dann wärst du im Hauptmenü, aber wärst du auch mal Raum drinnen geblieben. Hm. Fair. Kannst aber den Code nochmal eingeben, so. Ist wieder drinnen. Ja, ich seh jetzt hier keinen. Wo siehst du denn das? Coward. Äh, Feigling. Wir beenden. Ähm. Hast du irgendwas mit Charakter-Editor gesehen? Ja, Hauptmenü. Wo denn? Aber bestimmt muss man dann wirklich verlassen, ne? Nö. Na, wo siehst du denn das? Weiß ich nicht mehr. Warte mal. Du weißt es nicht mehr? Ja. Ja, auch. Das ist mir zu doof. Charakter. Ach, hier. Achso, ich kann so durchgucken. Head. Skins. Default Head. Okay. Regenbogen. Hm. Ich kann keine Farbe oder sowas reinmachen. Weil ich nichts besitze, lol. You can't put on anything you don't have. Besitze nichts. Ich hab noch nichts freigeschaltet. Hm. So, jetzt haust ich wieder. Y7b. Okay. Y7b. 766. Sag mal was, bitte. Hm. Sag mal was, bitte. Hm. Okay. Oh, ich bin ja auch. Mit TikTok hätte ich rüber swipen müssen. Gut. So, ich mach mal mein Mikrofon ein bisschen näher ran zu mir. So. Oh, geil. Oh, hier. Oh, hier. Ja. Äh. Aua. Der überträgt's komisch. Was? Oder? Hm. Vielleicht nur meine Einbildung. Was ist passiert? Hat er aber schön eingesprochen. Jesse! war gerade komisch. Wir können ja alles zerkloppen. Hallo. Guck auf mein Gamertag. Ja, ich weiß. Warum hast du dazu nichts gesagt? Mit der Fackel zuschlagen. Man kann aber auch beides in die Hand nehmen. Filze kann man nicht kaputt machen. Wir sind in Einsen-Höhlensen, man kann auch rennen, man kann auch crouchen. Na, STRG. Wie in jedem Game, weil das so gang und gäbe ist. Du musst die kaputt hauen, Kai. Achso, wirklich. Äh, warum kann ich nicht mehr aufstehen, hallo? Ich stehe vom Crouchen nicht mehr auf, achso. Kannst du auch noch kriechen? Das ging ja schnell. Jesse, du fragst, du fragst in ernsthaft, in einem Game, in einem 3D-Game, fragst du ernsthaft, wer, wer zum Teufel Crouchen heutzutage noch auf STRG macht? Das hast du wirklich gefragt. Gehandelt worden oder was? Weiß ich nicht. Ich bin irgendwie raus aus der Lobby. Also bin ich wirklich. Ja. Das hast du aber jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Ne, ist halt scheiße so. Ich mag es nicht. Achso, auf welche Taste willst du denn das dann haben? Hm. Die eine weiter oben. Also Großschreibtaste. Na gut, kann man auch machen. Das ist für mich angenehmer, als mir da unten meinen kleinen Finger zu brechen. Code? Ich müsste einen neuen Charakter machen, weil der Charakter, den ich gerade erstellt habe, tot ist? Das ist Feigling. Nein, das ist nicht Idiot, das ist Feigling. Coward kann auch Idiot heißen. Coward ist Feigling, ja. Das heißt... Das heißt Idiot oder Dump Ass oder sowas. Hm. Okay. Mit, äh, bist du sicher, dass Feigling bist oder ein Idiot, ähm, wenn man das spielt? Ja, das war mir vorhin auch schon klar. Ja, das war mir vorhin auch schon klar. Ja, aber dass der letzte Knopf unten ist. Ja gut, mit Shift wäre ich noch zufrieden, aber bei allem anderen hätte ich dir den Tastator weggenommen. Letztlich gesagt, du hast jetzt deine Berechtigung, ein PC zu benutzen, verwirkt. Das war easy und wir haben uns direkt töten lassen von Spinnen. Oh. Du hast hier dran. 1d8? Hm? Warte a... 1d8, 4hb. Warte a... 1d8, 4hb. Ah, Return, once again. Was ist das, eine Bombe? Ja, sehr gut. Mit E. Moment, ich würde mir das mal am besten auf F legen. Äh, kann ich gar nicht. Es gibt keine, oder? Nee. Input. Also Input, ach so, ich vollidiot. Was machst du? Deine Treppen. Hebe deine Fackel auf. Das ist meine Fackel. Ach nee, hier liegt meine Fackel. Haben wir nicht eigentlich daraus gelernt? Dahinter sind ja Spinnen. Ach nee, hier nicht. Ach, F ist gleichzeitig auch wegschmeißen, oder was? Wird das neu generieren, dieser Dungeon? Oi. Finde ich wieder gut, dass es nicht immer derselbe Weg ist. Hopp. Äh. Muss man hier hoch? Jetzt kann ich länger leben. Was? Ich glaube, wir sollen da nicht hoch. Lost Equipment? Vielleicht braucht man Lost Equipment, als müsste man erstmal ein bisschen überleben. Ja, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Hallo, Keks-Crew. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir da jetzt wirklich hoch? Irgendwie hochjumpen? Alter. Ah doch, es geht. Irgendwie geht das. Kommen sie da ran? Näher, die Fresse. Oh, genommen mal die Fakke da weg. So, äh, where's the exit? Also manchmal tut er aber auch nicht springen, nee. Oder es rumbackt ein bisschen. Was hat dein Charakter gesagt? Für was riskieren wir unser Leben in dieser verschissenen Höhle? Na, ha, ha. Gehen sie vor. Da ist ein Schleim. Das haben wir toll gemacht. Damit kommen wir auf die nächste Ebene. Lass uns mal umgucken. Ja. Ja. Ne Truhe. Was war das? Ich kann es nicht lesen. Du hast es direkt genommen. Ah, äh, hier. Ah, fuck. Ähm. Äh, Leather Bracers, äh, Trinket. Äh, 3% Blockchance, 3% Quitchance. 2% Threat, 5% Dodgechance. Und was war das jetzt genau? Ausrüstung. Boots? Oder nach, was sah das aus? Ja, ja, das waren, ähm. Oh Gott, Expertise, Alter. Geh mal auf den Inventory. Hm. Geh mal auf den Inventory. Ja, bin ich. Und dann, geh mal auf Expertise. Expertise. Oh, meine Expertise ist alles. Alter. Okay. Da können wir aber eine ganze Weile leveln. Ganz viel leveln. Wenn wir sterben, ist alles wieder resetet. Bist du dir sicher? Ja. Ja, komm mit. Haben wir denn schon irgendwie, äh, 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 ich hab zwei freie Points. Wieso ist das ganze, das ganze Spiel so leise gemacht? Oder was? Ich find's doch okay. So, äh, Wo ist der Exit? Obwohl, es doch vielleicht ein bisschen... Hä? Moment, ganz kurz. Ich bin mal ganz kurz in der Einstellung noch. Lass ich mal so. Ja, das sieht ganz gut aus. Was? Äh, 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 keine Truhen im Cave? Was? Hab ich grad nicht jünger. Oh! 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 Ich hab nicht mehr viel Licht. Meine Fackel hält nicht mehr lange. Oh, oh. Ich glaub, wir sollten abwechselnd unsere Fackeln benutzen. Weil die können auch, äh, ausgehen. Toll. Was machst du da? Mit F kannst du Flint ins Stier smacken und kannst du für ne Sekunde sehen. Ach du Scheiße! Oh no! Das ist aber nicht euer Ernst. Wie его Kartoffeln fühlt sind? All right. Ich, äh, halt mal fest. Es turnt mein Charakter sehr an. Und das Schleim! Und Erze Hinter dir Schimpft die Fackel Da oben ist die ja, die kann ich beschimpfen Die kann ich nehmen Ich lasse jetzt mal meine Fackel aus Wir nehmen mal deine Bleib mal bei dir Warte mal ne Spitzhacke Also Wir haben ja sowieso ne Spitzhacke Aber da liegt noch eine rum Da ist ein Goblin Wo denn? Achso Nein Wie reife ich dich? Nein Könnte ich dich nicht reisen Das macht nichts Dann wollen sie sich wieder Neuen Charakter machen Ist egal Mache ich mir nicht Hä? Ich mache mir keinen neuen Charakter Musst du, dein Alter ist ja tot Komplett tot Achso ja, aber ich tue ihn nicht gestalten meine ich So Hm? 8, 5, R Hm? 8, S, F Hallo Leo Ob auf TikTok Das man sich immer wieder einen neuen Charakter gestalten Das ist so dumm Man hätte doch einfach sagen können Alles ist weg Seine ganze Skills und alles Aber der Charakter bleibt Das ist so dumm Stimmt Alle Level sind weg, ja Gibt aber noch 2 Free Points Ja, die hast du zu Anfang immer Okay Ja, ist extra schön Wenn du etwas in der Hand hältst Attack speed with sword Äh, wir haben ja kein Schwert Wechsel Long alive torches Da sind Koblenz Manchmal zweimal auf Schild Ey komm, helf mir lieber Gut, wie viele hat meine Brillpunkte bekommen? Ne Schleim Oh, das war deine oder was? Ich hätte meine noch Oh, so Da sind noch mehr Get these idiots off me Ah, gut Ich glaube, muss noch ein Schleim Ich höre dich mal kurz Man kann sich auch gar nicht heilen Oder so, ne Weiß ich nicht Ich glaube schon Von hast du dich irgendwie geheilt Da hast du dich geheilt? Nein, du Ich? Ja Stimmt, ich bin Hab irgendwie wieder 2 Striche mehr Aber wie? Wahrscheinlich wenn du mal Mops geht oder sowas Hm Hm Hier ist jetzt nichts Hast du mal rein? Ich brauch Licht Wenn das doch A-S-D Ich habe einfach nur Du hast dich Ast genannt Ast 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 Nee, jetzt verwende ich dir was Professor Ast Ich habe keine Fackeln mehr Da habe ich gerade beide gejobbt hast Hä, wieso? Ich muss Ich muss droppen Weglegen Ähm Drop Item Tap Oh Hä? Drop Torch Tap F Ich mache Tap T Für Torch So So Gut Jetzt habe ich wieder beide Ja, obwohl die Torch ist Jetzt leer Und die hat noch 90% Okay Ja, aber hier muss es doch irgendwo weitergehen Was ist denn hier los? Um die vergessen Ende rein zu programmieren Muss da irgendwo irgendwas sein? Das ist unser Staat Das kann ja nicht sein So Wo ist der Exit? Naja Gibt es nicht Wir müssen neu starten Hier ist eine Schaufel Ach nee, wir sind doch beide dämlich Komm hier Nö, du bist dämlich Ich bin Professor Ebene Haben ja gar keinen Schaden gemacht Hier Wollen wir Müssen wir in den anderen Raum gehen Nö Nein, los Aste Hier ist nix Toll Weißt du wie man rennt? Hm Mit R Kannst kurz dashen Aste Wir sind zuvieder Zurück, 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 zurück Wir müssen in den freien Raum Er ist hier, rennen zurück Ich renne noch zurück Aber ich greife mich nicht an irgendwie Nee, du musst rennen Umdrehen und dann noch richtig rennen Wahrscheinlich weil du den immer Weil du halt zurückgehst Wahrscheinlich Aber andere greifen Wie vorhin Andere haben mich trotzdem Wie die Spinnen zum Beispiel Die haben mich trotzdem angegriffen Obwohl ich zurückgegangen bin Und die gehittet hab Spinnen Spinnen sind wahrscheinlich Richtig gefährlich Ist irgendwo eine Fledermaus An orde Diears Now Aua Warte kurz Ich habe eine neue Expertise. Ich mache alles in ein Schild rein. Du musst das mal lesen, was da steht. Wenn du denkst, das war unnötig zu lassen. Ich habe einen Dash. Ich habe Dash. Damit kann ich ganz schnell weg. Kann ich auch nach hinten? Rückwärts? Ne, ich kann nur nach vorne. Den hatte man aber schon vorher. Da kommt einer. Ein Gammler. Bist denen ebenwürdig. Aua, der hat mir nur noch einen Balken. Der hat mir einen echt weggemacht. Einen ganzen Balken. Ich habe nur noch einen. Ich höre. Und jetzt. Lass dich mal angreifen, damit ich dich wiederbeleben kann. Nein, 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 ich will ja nicht sterben. Du kannst mich, also okay, das geht. Irgendwas kommt näher ran. Wie viel reden machst du? Nur noch einen. Toll. Und du? Auch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Notfalls zurückgehen. Nicht ohne dich hütteln lassen. Nicht ohne dich hütteln lassen. Nicht ohne dich hütteln lassen. Nicht rüber. Du musst erst springen und dann. Du meinst erst rennen, dann springen. Ich renne nicht mal. Schnauze. Wo bist du denn? Das Licht wird weniger. Jetzt wird's wieder mehr. Angst im Dunkeln. Du hast etwas rausge- Was war da drin? Baisit. Hm? Aste. Aste. Da ist ein Slime, Aste. Aste. Aste, das haben wir toll gemacht. Aste. Nein! Oh. Vorsicht, Aste! Da ist noch ein Slime hinterm Felsen. Du hast ein Schwert bekommen? Ja. Dann beschütz mich, du Bastard. Du Aste, Baste, Aste. Ich hab den gekrittet. Oh, geil, helf raus. Wie benutze ich den? Ja, auf die Nummer drücken, wo du den da unten drin hast. Oh, ich bin gekommen. Ach, Aste, Aste. Oh, oh, Vorsicht. Get these idiots off me. Jeder Hits macht, macht, äh, nen Balken weg. Egal von was, glaub ich. Vorsicht, Vorsicht. 3 Points. Vorsicht, 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 Vorsicht. Die sind aber alle auf dich aggressiv. Ach du Scheiße. Die sind alle nur auf dich aggressiv. Ich kann dich verhindern. Toll. Kommen sie zu mir. Wieso? Keine Ahnung, was ist mit dir passiert? Ich hab erstmal gesüffelt. Ja, toll. Du gesüffelt hast du Arschloch. Ja, ich muss ja reviven und das, äh... Das dauert eine Ewigkeit. Du musst die erstmal alle kämen. Achso, oh Gott. Sieht wohl machbar aus. Bist du tot? Ja. Oh ne, da gibt's ja auch ne Zeit, ne, wo du sterben kannst. Glaube ja. Guckst du mir jetzt zu, oder wat? Ja. Alter. Hol mich. Hol mal eine Leiche, guck, ob du die gluten kannst. Das ist wie ein Gurkst. Dead haha. Scheiße. Dann feuer ich dich an. Da steht einfach Dead haha. Tot. Das ist doch scheiße jetzt. Ja, das schaffst du schon. Nee. Gehen sie weiter. Sie sind sehr mutig. Da kannst du aber mehr nicht verlangen. Sie sind doch... Ja, für sie schaffen wir. Springen sie runter. Testen sie, ob es Landesschaden gibt. Was ist denn mit einem nächsten Level? Gibt's hier keinen Raum hier? Du musst... Gehen weiter. Gehen sie, gehen sie einfach weiter. Ich springe da jetzt nicht runter. Ja, hier geht's doch weiter, sag ich doch. Nee, schade. Musst du doch irgendwo weitergehen. Geh diese Idioten aus mir. Boah, alter Blö... Hä? Hier geht's wieder nicht weiter. Dann gehen sie weiter. Du glaubst, Dick, 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 Dick. Hier geht's weiter. Erste kaputt, hau nicht vergessen. Dicka, geil, du hast ein Messer bekommen. Hm-hm. Oh, nö, aber damit kann ich schneller angreifen. Der Fledermaus hat mich gehittet. Are you sure the one to take the minecart exit? Yes. Rein sie, hui. Oh, das ist ja spannender als Minecraft. Ja, das ist jetzt nicht gut. Oh, yeah. Oh, hallo, ich bin wieder da. Nee, warte, du hast vier Scale-Punkte. Benutze sie. Yeah. So, was ist hier mit, äh, Backstab-Dagger? Lerne, äh, das war's. Weitklick. Uuuuuh. Zwei Points hab ich noch. Äh, schnelleres Reloaden. Naja, ich bleib' erst mal ein Bail. Oh, guck es dir an. Hä? Ist das Gift-Trank? Ich dachte, das wäre ein Pa... Oh! Langf... Ich hab' es gehittet und es ist nach hinten gesprungen, aber es hat mich trotzdem gebissen. Nice. Nochmal? Äh, meistens einmal noch hier. Einmal, okay. Sagen Sie. Ich sage. Sagen Sie! Ja. Ich brauche jetzt noch einen Curry-Artschneider, kann ich mir dann erstellen. Ja, sagen Sie. Nein, also das ist mein Name, nimm meinen anderen. Mach' ich gar nicht. 1, 6, B. B, ja. 1, 6, 7, H. Kannst du dir vorstellen, vielleicht mit Turbo und Lama-Spucker zu spielen? Na ja, jetzt nicht, aber ja. Ja. Dann lassen wir's noch auf'n Rechner. Ich bin jetzt, äh... ...der Urgroßvater von Az... ...Waz... Man verliert wirklich alles. Ach, nee! Ich bin noch nicht gespawnt. Warte, du bist zu schnell losgegangen. Ich brauche erst mal den Screen. Ich lade immer noch wegen dir. Ach so? Ja. Du darfst nicht sofort losgehen. Ich glaube, ich bin jetzt in der Ladeschleife gefangen wegen dir. Bin ich auch. Na, was heißt so schnell losgehen? Ich bin einfach gedroppt. Dann geh ich raus. Du musst das Game durch. Du machst alles für mich kaputt. Aber Kai? Hm. Äh, ja. Die Spiele sind jetzt schon undankbar für das... Wie heißt das nochmal Star? Weird. Weird. Es gibt noch ein Game, das heißt Star Citizen. Das ist so ähnlich. Ich verwechsel das meistens immer. Die Namen. Deshalb beide extrem geil. Star Citizen geiler. Aber... ...Pay to Win. Hm. Wo war ich stehen? Genau. Ähm... Ähm... Ich muss das wieder Europe. Ja. Äh... BL9... ...175. Aber trotzdem. Die haben Ewigkeiten da dran gemacht und alles mögliche. Und die wissen, was von dem Game Studio teilweise kommt. Jetzt bin ich da. Äh... Und die sind trotzdem scheiße undankbar für das Game. No one cared who I was, till I picked up them. Zum Beispiel, dass man da nicht so wie Norman Sky rumfliegen kann. Und das haten die jetzt richtig, richtig hart zu Tode. Dadurch. Beispiel. Hm. Kommen sie. Ja. Ja. Ich find's einfach nur sad, so gleich zu releasen, denn so undankbare Leute fähren. So ist die Gesellschaft undankbar verwöhnt es, fuck. Äh, klar. Und du hast noch nicht mal... Ich hab zum Beispiel auch einen Kumpel, der hat gesagt, äh, man kann nicht selbst starten und landen, man kann nicht in Weltraum rumfliegen, das Spiel ist jetzt schon scheiße. Das hat so viele andere schöne Punkte. Ich werd's trotzdem probieren. Ja, also guck mal, du hast gesagt, das ist ein scheiß Punkt, seh ich auch so, aber es hat so viele andere schöne Sachen. Ich werd's trotzdem probieren, ja. Ja, du gibst dem Game wenigstens noch ne Chance. Er holt sich das deshalb zum Beispiel schon gar nicht mehr. Wenn er gesagt hat, jetzt schon ertäuscht. Ja, weil das irgendwie nen Open World Aspekt wegnimmt. Also weil du halt... Es wurde ja niemals gesagt, dass es fucking Open World ist. Nee, ja, 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 okay, du hast recht. Äh, aber mir geht's darum, dass, äh, einem irgendwie die Freiheit dann... Also, also, ich fühl mich dann so, als ob mir das nicht, äh, mir die Freiheit weggenommen wird. Das Problem ist, dass Starfield in diese Sparte... Da ist nichts! Ist ja gut. Das Problem ist tatsächlich, dass Starfield in diese Sparte fällt. Weltraumerkundung aller No Man's Sky und Star Citizen. Und damit vergleichen das die Spieler jetzt. Was die nicht können, weil's eigentlich nicht in die Kategorie fällt. Weil's ein RPG ist und kein Survival, irgendwas. Dann werden wir sehen, was das genau ist. Ja, ist es immer noch ein geiles Team? Oh, da sind sehr viel... Warte, da sind sehr viele Gegner. Der ist halt hier! Kommt der denn auf einmal her? Ja, wie konnte denn der mich auf der Range hitten, oder? Oh, yeah. Ja... Du Tasks Available, Level Up, warte mal. Danke, okay, irgendein Updunned Mindshaft. Geht? Du kannst übrigens deine Fackeln refillen, ne? Wie denn? Nachdem du zu einer Fackel an der Wand gehst und eh drückst. Achso? Oh, krass. Guten Tag. Hure. Ip. Oh. Geh mal auf der anderen gucken. Da ist ein Schest. Oh, ein Schwert. Ich habe ein Schwert geskillt. Nee, ein Dagger. Also halt ein Plates Messer. Ja, dann behalten du es. Das ist ein Schwert, du Arschloch. Das ist ein Schwert? Ja, das ist ein kurzes Schwert. Achso, doch, jetzt sehe ich es hier. Drop. Warte. Nein. Wie droppe ich nochmal? Warte. Ich habe auch halt, okay. Lüff doch weg. Achso. Nee, das ist doch ein Dagger. Behalts. Hä? Steht Basic Dagger. Basic Dagger. Ja, aber sieht aus wie ein Schwert, ja. Komisch. So. Hit. Woo. Ich bin gestorben. Ich bin runtergerutscht und da steht jetzt Spektating. Ach nee, wenn ich nicht. Nein, weil du schon Level weiter bist. Du musst auf mich warten, bis ich da auch durchgehe. Du bist nicht gestorben. Oh, take a look at this. Was ist das? Beat Trunk. Nee, nee. Speed würde glauben. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie revive ich dich? Hinter, der kommt angerannt. Dreh dich um. Lauf. Ja. Hälte. Da kommen alle Gegner nach Umgebung an, Alter. Mann, ey. Kann ich jetzt mal ganz in Ruhe? Na, der Dagger ist aber wirklich gut. Ich glaube, du kannst die Ruhe-Torches nicht refillen. Was du gemacht hast, ist die Torch einfach von der Wand nehmen. Ich habe schon ein refill. Ach so, okay. Notfalls halber mal weiter zurückgehen. Nicht, nicht vorne bleiben, hier so. Deswegen meine ich. Der hat ein Speer gedroppt. Lass mich denn hinhaben, du hast so schöne Waffe. Ja. Someone pick me up. Someone pick me up. Help me. Kennst du dieses, dieses Meme? Help, I'm fallen and I can't get up. So wenig Licht, scheiße. Warte! Du musst schnell machen, mach mal das Licht. Ich sehe nichts mehr. Also ich sehe wirklich fast kaum was noch. Fast kaum noch was. Kann ich mit? Nee, dann müsste ich meine Waffe weglegen. Oh, okay. Ich sehe es nicht. Das war eine Schlange. Ich sehe echt fast nichts. Help me. Ich bin tot. Kann ich nicht revalben, wenn die Schlange kommt? Schlag vor dir rum. Nein. Äh. Ah ja, wir haben unser Bestes gegeben. Für eine Stunde habe ich dann gestreamt. Würdest du sagen, wir gehen offline? Ja, ne? Ich muss mich ausruten. Ich habe morgen, ne? Ich habe die nächsten zwei Tage noch zwei Schichten. Oh, es gibt doch permanente Talentpunkte. Wurden? Äh, im... Äh... Helens? Im Homemenü irgendwo, da stand Helens, ja. Ja, ich habe schon ganz... Wait. Um, wir haben ja... Ich hab, ich bin immer noch nie. Okay. Ich hab, ich bin nur noch nicht ver fundamentally. Ich hab, ich bin auch nicht verstanden. Ich habe, ich bin niemals verstanden. Ich mag die Hauptmenümusik, die erinnert mich irgendwie an The Last of Us 1. Slay 50 Mobs using a common weapon. Und dann kriegt man XP als Belohnung. Okay. Ja, ist lustig, wenn man dann nochmal zwei Leute ans Boot holt. Also Turbo oder Lama-Spucker oder beide. Ja, wir haben es jetzt erstmal zu zweit ausgetestet. Ich bin was ist gestorben. Ja. Okay, dann sage ich mal Tschüss und bei Beisen. Wer anderen in die Möse beißt, ist böse meist. Tschüss. Tschüss. So noch gleich. Hallo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.